Ja moin Leute, also tatsächlich ist es so, dass das Schlösserknacken in Star Wars Outlaws absolut akustisch abläuft. Also ich habe da selbst immer gestanden bei die Drehteile innerhalb des Schlosses und habe geguckt, wie sie irgendwie zueinander passen könnten. Aber wie ich schon sagte, das läuft rein akustisch ab. Und ich werde es euch jetzt anhand des Beispiels, das ich euch vorbereitet habe, mal etwas genauer erklären. Ihr hört ja jetzt dieses akustisch ausgegebene Signal, das sich nach einem bestimmten Rhythmus immer wiederholt. Ihr müsst euch jetzt einfach nur den Takt merken, also wie in diesem Fall, düpp, 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 düpp. Und sobald ihr euch den Rhythmus gemerkt habt, könnt ihr auch direkt mit der Eingabe beginnen. Ihr wartet, bis der Rhythmus komplett wieder von vorne angefangen hat. Und gebt dann mittels R2-Taste oder LB-Taste, je nachdem welche Konsole ihr habt, den Befehl des Rhythmus ein. Aber ihr müsst es genau so timen, dass ihr den Rhythmus nachahmt und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wenn der Rhythmus ausgegeben wird. Rhythmus nachahmt. Rhythmus nachahmt. Rhythmus nachahmt. Rhythmus nachahmt. Vielen Dank.